So, dann haben wir hier einen neuen Spiegelstadt nach 5. Mai 2014 bis jetzt mit der Tankstelle Okay Das ist ein Windsteig Ja, und ja, auch das in der Tankstelle in der Tankstelle 1-Antrag Tempelungsmord weil hier nimmst du bestimmt, was man schon mal in der Tankstelle in der Tankstelle Ja, das ist nicht zu schnell wenn der Tankstelle um den 30er-Kontroll Ja, das ist ja Wollen wir mal so locker durchfahren um zu sehen dann ist äh in den Mai Ja, sowieso äh in Richtung von heute auch vielleicht mal ein bisschen platziger Rückweg Ja Ja, das kann sowieso schon anbieten wenn wir ruhig passen Genau Jetzt noch rechts fahren Eigentlich soll man noch 10 fahren und dann ist es umgeschlagen mit dem Stand So, wir können probieren und noch einen kleinen Staub Das wäre noch nicht weil 20 ist immer noch laut und hier hinten und hier hinten Ja, wir können natürlich hier rein um das zu machen aber auch eine Lech und vorne zu tun Also das ist ein Zeichner der Markt hier oben weil wir sagen den größten Staub und entsprechend läutet sie auf das Stübchen da zu bieten Ja, kommt schon den ersten Gang zusammen und hier zurück zum Markt Lippa rin die Lippa Die Lippa Die Lippa die Lippa Und die Lippa schl�� den Das ist in dem Rollen-Sack-Wähler Wo ich den Dienstag schreibe. So habe ich den Rollenbezug. Ich glaube, dass die Versorgung hier besser gestellt ist, als in den vier Städten, die hier gelangt haben. Und damit habe ich hier eine hohe Ernährung. Eine durchaus vielfältige. Was haben wir denn da links und so? Da hast du mal so einen Parkplatz. Ja, so ein kleiner Treffpunkt. Ja, siehst du. Super. Hier fahren wir eigentlich mal da unten längs. Ja, wir können ja auch hier. Los. Und. Ja, wir fahren für den Tourismus. Und so weiter halt jetzt. So, wir holen Teile an. Das ist die Versorgung, ich gar nicht. Und so weiter. Und so weiter. Das ist das Klim hier. Kulinarisch natürlich. Meist. Heute ist der 5. Mai 2014 Tja, los Freut sich, der da sollte mein Kirchkopf sogar haben Fisch muss in der Seite hören Die werden nicht so reichern werden So, lass uns jetzt abbiegen Bölln hat natürlich diverse Problematiken, die wollen wir jetzt nicht ansprechen, die sind ja so früh wie so schon bekannt. Aber wir haben ja auf jeden Fall hier eine gute Versorgung an diversen Kulinaritäten, das ist wichtig. Das haben wir auf dem ganzen Balkan nicht, was wir hier finden. Oh, das ist ein weiteres Kulinar. Oh, diese Reimel-Pons, die hier sind ja sehr gut. Oh, die Geist. Sonst gäbts ja vorher Kohlenzuchte oder sowas, das wollen wir durch Steckgrüben zum Steckgrüben passen, das wäre das, was wir sonst wissen. Da, in dem Hofhaus, glaube ich, da hat mein Bruder mal von oben runtergucken müssen. Hier gibt es fressende, offene Tiere, eine Vielfalt. Was machen wir denn heute? Ja, das ist ja. Noch ein bisschen. Ja, der fangt wirklich heute, Alter. Du stark. Auf den Treib. die 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 Wir werden gerade aufs Raden 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 Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Alright, was ist das? Was ist das? Das ist das? Das ist ein Tor nach dem Möld Möld muss auch gezeigt werden denn das ist ein klassischer Anziehungsgrund und das muss auch gesehen werden bis sie herkommen wollen hat sich erstmal schon definiert über Straßenzustände und auch was man hier zu essen bekommt das haben wir ja schon erwähnt das ist sehr vielfältig das ist vielfältiger als Ja, sagen wir mal bei der Luca 2.2 Das ist nicht alles so gut in der Frühzeit oder in Sachen geben auch das ist nicht so aufpackhaft oder nicht in der Frühzeit oder nicht in der Frühzeit auch das ist nicht toll ist auch was oder das ist ja das ist ja sehr oft in der Frühzeit in der Frühzeit So, das ist der Bärfamiliebeweis. Dann können wir uns mal rechts umfliegen. Hier noch ein bisschen unten, dann wird das noch ein paar. Dann wird das schon sauber. Und dann... eins. So, Kuhlenkäufe. So, ein Kuhlenkäufe. Kuhlenkäufe. Frösche und Fischlinge. Ich glaube, das sind die Berge. Dazu noch Fischrotter und so was anderes. Marken. Ja. Nix drauf. So, mit dem Öffentlichen. Ja. Ja, wir freuen sich nicht drauf. So, das sollte so klein sein. Nein, so typisch ein bisschen durchschmeckt. Aber die Berge, die Berge haben nichts zu schicken. Ja. Ja. Weg 2. Ja. 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 ein glücklicher Wir haben den Fahrstuhl gebrochen. Das ist ein weiteres Heimwein. Und jetzt können wir den Vorfang genießen. Wir müssen die Anzeigen stellen. Da hinten. Nee, das ist weiter. Wir haben schon gemacht. Das ist gut. Das sollen wir öfter machen. Ich glaube, dass hier alles gesund ist. Österreich. Das ist ja eine Auszeichnung. Die Sonne Stadt. Was soll man denn zum Öl tragen? Dann lasse ich jetzt mal im Urteil aus. Aber ob es das mal die Karte gibt. Ich würde es glaube ich nicht gehen. Weil irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist für mich auch nicht. Die frische Kragen in Richtung. Ich würde es nicht hören. Das wird es sein. Und tschüss. Ich werde es nicht hören. Ich werde es nicht hören. Es ist halb oftentimes. Es ist halb nicht die Zeit. Ich werde es an die Zeit. Dich. Und ich werde es darum. Vielen Dank.